Liebe Freunde, hier ist euer Steinmalen. Wir sind hier bei den Händlern in Circus Minor und ich hatte gesehen, dass bei Prata, da gibt es noch sehr, sehr interessante Cypher, da werden wir noch mal reinschauen. Oh, hallo, zum Einkaufen hier oder nur zum Reden? Sie keucht oder für beides. Ja, nein, wir sind zum Einkaufen hier und wir wollen zuschlagen. Erstmal, glaube ich, werden wir hier sogar bei dem Standardzeug nochmal zuschlagen. Hm, das können wir eigentlich gleich ihr kaufen. Wir werden mal richtig einkaufen gehen. Wir werden hier komplett Sprühfleisch kaufen. Alles, was sie hat, 190, ist doch ein Klacks für uns. Und weil Geschwindigkeit recht wichtig ist, kaufen wir nochmal Flinkfußmoos und weil vor allem für uns Intelligenz so wichtig ist, kommt Hirnrausch noch dazu. So, jetzt aber der eigentliche Grund, wo sich eigentlich unser Geld, wir haben nicht mehr viel, jetzt werden wir erstmal ein bisschen verkaufen. Wir haben hier eine Menge Kuriositäten, die wir nicht brauchen. So, Vatersager, den werden wir mal rübergeben. Und dann haben wir Bücher, die wir gelesen haben, nicht brauchen. Ich glaube, die sind hoffentlich nicht mehr so wichtig. Ähm, ja, das werden wir verkaufen. Wir haben Brutohren, die sind eine Kuriosität. Da steht merkwürdige Handschuhe, noch ein Buch und Antagonist. Und dann haben wir den Käfig der Stille. Und all das bringt uns eine Menge Geld und wir können deshalb nochmal weiter einkaufen. Ähm, was wollte ich hier holen? Einmal die bedingte Subroutine, kostet nur 83. Das ist eine coole Sache, wenn dieser Charakter das nächste Mal auf 50% weniger Gesundheit oder andere Wertepool gebracht wird, werden automatische Gesundheit und alle Wertepools aufgefüllt. Ich weiß gar nicht, ob das automatisch geschieht oder ob man das aktivieren muss. Wir werden das erstmal kaufen. Okay, wer hat noch hier ein Zeifer-Limit-Do? So, dann dritter Mann, finde ich auch ziemlich cool. Füllt Gesundheit, Macht, Geschwindigkeit und den Intellekt für alle Gruppenmitglieder wieder auf. Auch den werden wir uns holen. Und Matkina kann noch was tragen. Den Regenerator heilt. 10 Punkte Gesundheit für alle Verbündeten. Reichweite des Zielpunkts. Das kann auch mal helfen. Also auch den nehmen wir mit. 524 haben wir noch. Wobei, wartet mal. Wir haben so viel. Ich glaube, das brauchen wir nicht. Wir haben so viel Gesundheitszeug jetzt. Den lassen wir doch hier. Den lassen wir doch hier. Denn es gibt später noch mehr Interessantes. Bei einem anderen Händler. Aber dazu kommen wir gleich oder später. Jetzt erstmal dieses Gespräch noch mit Tolmagoa führen. Denn da gibt es doch noch ein bisschen was zu erfahren. Ihr wisst, das war die Sklavenhändlerin, die auch eine verstoßen ist. Ihr Gesicht entspannt sich, als sie Rhin erblickt. Du kannst gerne bei mir bleiben, Rhin. Du brauchst dieses vagabunden Leben nicht. Rhin schüttelt einmal heftig den Kopf. Ich habe mich entschieden. Ich habe es wenigstens versucht. Ihr Gesicht ist blass. Viel Glück, mein Kind. Okay. Nun, da ich weiß, dass ihr eine Verstoßene seid, lasst uns ein wenig mehr über euch reden. Das ist kein Kernelement meiner Identität. Wisst ihr? Ich laufe nicht herum und denke, oh, ich bin eine Verstoßen. Ich muss über meinen Platz in der Welt nachdenken. Das ist... Ja, gut. Anders als bei uns offenbar. Sie stößt euch einen Finger auf die Brust. Ich bin meine eigene Person. Kapiert? Ja, und wir haben doch nicht meinen eigenen Namen. Naja. Aber gut, stellt eure Fragen. So, Makina, da brauchen wir nicht mehr Fragen. Über Massov können wir mal sprechen. Das habt ihr je von Massov gehört? Nein, wie ich schon sagte, ich halte keinen Kontakt zu Verstoßenen. Was der Rest von euch tut, ist eure Angelegenheit. Kennt ihr denn andere Verstoßene? Ich kannte Ria Strat, ein Geläf, umhüllt von einer lebendigen Metallrüstung. Er hatte einige Verbindungen zur Unterwelt, ging nicht gut für ihn aus. Zuletzt hörte ich, dass er sich das Zirn zerlegt hatte, als er versuchte, seine Vergangenheit mit einer fragwürdigen Nominera zu verändern. Was die übrigen Verstoßene betrifft, nein, ich bleibe für mich. Und ich wäre euch dankbar, wenn ihr meine Existenz geheim halten würdet. Hm. Was erhofft ihr euch in eurem Leben zu erreichen? Warum eine Sklavenhalterin werden, wenn ihr praktisch unsterblich seid? Sie beäugt dich abschätzend. Warum? Weil es einfach war, in das Leben zu stürzen. Weil es eine Herausforderung war, gut darin zu werden. Weil es mich nicht sonderlich interessiert, was andere über mich denken. Sie streicht sich das Haar zurück. Diese Tätowierung, sie macht mich nicht aus. Ich bin nicht der Mann, der mich machte. Ich schulde ihm nichts. Ich schulde euch nichts. Ich schulde der Welt nichts. Es ist mein Leben. Und das sind meine Entscheidungen. Hm. Also wir werden jetzt hier nicht den moralisierenden Zeigefinger in die Höhe strecken. Ich streite nicht, also zumindest ein bisschen können wir das tun. Ich streite nicht darüber, dass die Entscheidung über das eigene Leben der beste Weg ist. Doch warum Sklaverei? Genau, darum ging es mir jetzt. Weil ich mich gegen die kriminelle Klasse abstimme. Abstimme? Abschirme? Vielleicht. Weil ich Menschen nicht mag. Weil es nicht eure verdammte Angelegenheit ist. Meine Entscheidungen gehören mir und sie müssen keiner Prüfung unterzogen werden. Hm. Eure Angelegenheit gehört euch. Ja, solange sie nicht die meine beeinträchtigt. Wo zieht ihr die Linie? Sie hebt eine Braue. Wo immer es mir beliebt. Habt ihr nicht aufgepasst? Es ist mein Leben. Und ich treffe meine eigenen Entscheidungen. Wenn diese sich mit euren Überschneiden und sie beeinträchtigen, dann klären wir das. Von Fall zu Fall. Ich habe festgestellt, dass es keinen besseren Weg gibt, dies zu handhaben. Sie spuckt aus. Wenn ihr nicht noch weiteren Epiphanien mit mir austauschen wollt, dann habe ich noch einige wichtige, gehen euch nichts an, Aufgaben zu erledigen. Ja, das ist ein bisschen schade. Kummer, genau. Lasst sie noch über den Kummer fragen. Das ist ja wirklich wichtig für uns. Wisst ihr etwas über den Kummer? Den was? Einen Moment lang sieht sie wirklich ratlos aus. Oh, ihr meint, dass Munzer das aussieht, als hätte sich die Nacht mit einigen alten Leichen gepaart. Ich weiß nichts. Jedenfalls nichts, das hilfreich sein könnte. Ich habe es aber vor einiger Zeit gespürt. Sie zittert. Fühlte sich an, als würde es in meine Richtung starren. Fühlte sich an, als hätte es mir gesagt, noch nicht. Sie schüttelt sich von der Erinnerung frei. Aber nein, da kann ich euch nicht aushelfen. Und wir können noch mal nach den Gezeiten fragen. Sie beugt dich argwöhnisch. Auf eure Weise, das macht euch aus. Warum sage ich euch das überhaupt? Das ist heilende, experimentelle Philosophie. Und was ist mit euren Anhängern los? Sie scheinen etwas merkwürdig. Sie wirft ihnen einen kurzen Blick zu. Das sind sie. Rien hat, glaube ich, meine Gezeiten gefiltert. Ich leite meine Energie nach außen ab und sie macht die meisten Leute krank. Doch Rien änderte das. Ich finde, das war durchaus nochmal interessant. Ich finde ihre Einstellung gar nicht so schlecht. Irgendwie ist die mir doch recht sympathisch. Diese Sklavenhändlerin. Trotz ihres merkwürdigen Jobs. So. Als nächstes gehen wir runter. Denn auch da. Wie sollte es anders sein? Gibt es noch ein paar Sachen zu schauen und zu sprechen? Eigentlich, naja, zwei Sachen. Aber ich glaube, wir machen erstmal nur eine. Von anderen erzähle ich euch nochmal. Und zwar, wir können... Ich hatte doch an einer Stelle mich gewundert, weil mir schien... Mir war so, als könnte man irgendwie dort bei der Karawanserei hochklettern. Und das war auch so. Ich hatte nur den falschen Tunnelzugang gewählt. Das können wir nochmal wiederholen. Wir machen aber relativ spät, weil man da ganz nach oben kommt. Da, wo wir auch abfliegen wollen. Also zum zusammengestürzten Tunnel gehen wir jetzt nicht. Allerdings nochmal hier zu den Vorarbeitern. Denn... Wir haben ja noch jetzt diesen Kristallsplitter. Und den können wir ihm durchaus, glaube ich, nochmal zeigen. So. Reden wir nochmal über das Geschäft. Sprechen wir nochmal über den kaputten Apparat im Riff. Genau. Jetzt können wir ihm die Kristallscherbe zeigen. Hm, sagt er, untersucht die Scherbe. Winzige Spalten, gefüllt mit organischer Flüssigkeit. Euer Apparat lebt. Ersatzkristalle werden gezüchtet. Nicht gemacht. Gut, das ist, glaube ich, eine ganz interessante Information. Das Lichtauge des Konstrukts wendet sich von dir ab. Du siehst mit der Scherbe im Dunklen. Du stehst doch, entschuldigt. Du stehst mit der Scherbe im Dunklen. Weiter kann ich euch nicht helfen. Ich züchte keine Kristalle. Vielleicht können euch die Ruinplünderer vom Orden der Wahrheit mehr darüber sagen. Ihr findet sie am Regierungsplatz. Die Leiter zu meiner Linken hoch. Viel Glück. Okay. Alles andere wissen wir schon. Ähm, das ist interessant. Allerdings weiß ich nicht, ob wir da weiterkommen. Wir gehen da aber auf jeden Fall auch nochmal rein. So, genau. Da sind wir auf dem Regierungsplatz. Und mal gucken. Es wäre eigentlich ganz schön jetzt, wenn dieser Hinweis hier zu verfolgen ist. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Eine Sache ist immer noch gewesen. Wir hatten hier herausbekommen, dass LAN-U-Ring, der war es, glaube ich. Ja, ich glaube, der war es. Ich gehe nochmal kurz gucken. Dass der spioniert. Ja. Genau. Für die Memovira. Die Memovira ist ja die Kanzlerin in der Flora. Dieses komische Monsterwesen, das offenbar gleichzeitig so eine Art Ort, Dorf, Stadt ist, wo man leben kann. Und wir könnten ihn verpetzen. Und zwar, indem wir ihm bei Minen, indem wir Minen Bescheid geben. Ich bin mir aber noch nicht so sicher, ob wir das machen sollten. Wir wissen noch gar nicht, ob wir vielleicht das Wohlwollen der Memovira benötigen. Für unser weiteres Fortkommen. Deswegen will ich mich da jetzt gar nicht so richtig aus dem Fenster lehnen. Lassen wir das einfach mal. Wir gucken aber nochmal, ob es möglich ist, durch irgendeine Gesprächsführung mehr über dieses Kristall herauszubekommen. So, erzählt mir nochmal, wer die Resonanzkammer reparieren kann. Ja, vermutlich der Verstoßner bei ihrer Erbauung geholfen hat. Masov momentan hat China. Das ist Masov. Ja gut, das ist uns bekannt. Also hier gibt es nichts Neues. Gucken wir nochmal bei Minen vorbei. Ja, da ist ein bisschen mehr. Wir könnten ihn noch ein bisschen ausfragen über seine eigene Arbeit. Hm. Ha, sagt er und schüttelt den Kopf. Das ist selbst für meine besten Tage eine sehr umfassende Frage. Ich bin auf mechanische Numenera spezialisiert, ob intelligent oder nicht. Aber für meine Forschung bleibt nicht mehr viel Zeit, seit ich diese Abteilung des Ordens verwalte. Aber das ist vielleicht doch ganz interessant. Stellen wir mal Fragen zum mechanischen Numenera. Hier könnten wir ihn, wie gesagt, verpetzen. Ich bin für jede Frage in dieser Hinsicht dankbar, sagt er. Jede andere meiner Unterhaltung dreht sich um das Tagesgeschäft des Ordens oder wie ich ihn ruiniere oder nicht genug tue, um den Orden zu retten. Er reibt seinen Kopf mit seinen spieligen Handrücken. Bitte fragt mich etwas zu drehten oder blinkenden Lichtern. Ja, das kennen wir allerdings schon. Ne, dann hat sich das erledigt. Was ist der Orden der Wahrheit? Da kann er uns noch ein bisschen was über erzählen. Gute Frage. Er kaut einige Zeit auf seinen Lippen herum, offensichtlich auf der Suche nach den passenden Worten. Wir leben auf der Oberfläche eines unendlichen Labyrinths von Ruinen, vollgepackt mit Relikten und Artefakten. Fenster in die Vergangenheit. Einige Leute sind darauf bedacht, sie zu finden, benutzen und zu verkaufen. Er grinst. Aber nicht zu der Orden der Wahrheit, nicht die Äonpriester. Wir wollen die Nominärer verstehen. Sie erforschen, auf sie zeigen und über sie diskutieren. Nun, im Westen ist der Orden der Wahrheit eine viel größere Einrichtung als diese kleine Enklave hier. Eine riesige Organisation unter der Leitung des Bernsteinpapstes. Dort drüben hören sogar die größten Könige auf uns in Rat. Er zuckt mir den Schultern. Hier aber reicht es höchstens für einen Rabatt beim Händler um die Ecke oder eine kostenlose Tasse Tee. Nicht, dass ich mich beschweren würde. Okay. Gut. Also hier ist auch nichts Neues zu finden. Dann werden wir den Ort wieder verlassen. Wie gesagt, verpetzen tun wir ihn erstmal noch nicht. Aber jetzt wird es gleich nochmal richtig interessant. Hier auf dem Regierungsplatz, da gibt es noch ein paar Möglichkeiten. Und zwar... Hier bei dieser... Wie hieß das nochmal, diese Stelle? Ne, das haben wir auf der Karte. Genau. Im roten Dickicht. Da gab es ja jene oder jene, die wissen. Mit der man Geheimnisse tauschen konnte. Und als ich neulich hier war, da ging das irgendwie nicht. Aber inzwischen ist das möglich. So. Denn lustigerweise muss man sagen, ich habe keine Geheimnisse zu tauschen. Sehr gut, sagt sie. Was möchtet ihr wissen? Ja, das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ich weiß nicht, ob das so ein Geheimcode ist oder ob ich da etwas nicht verpasst habe. Oder ob es einfach nur ein Bug ist. Eine falsche Übersetzung. So. Wir können ihr nämlich jetzt Fragen stellen. Und sie kann uns darauf eine Antwort geben. Wobei, schaut mal. Diese Sache mit den verschiedenen Frauen, das haben wir schon geklärt. Das wäre eigentlich blöd, das jetzt nochmal zu machen. Und den Spion im Orden der Wahrheit, den haben wir auch herausbekommen. Insofern macht das keinen Sinn. Aber wir können das nochmal probieren. Ich mache euch einen Vorschlag. Ich gebe euch Informationen für ein Geheimnis, das euch interessiert. Einverstanden, sagt sie. Was könnt ihr mir anbieten? So, wir könnten ihr Geheimnisse über uns selbst erzählen. Ich weiß nicht, ob das so klug ist. Wir werden mal Geheimnisse der Sargos Klippen ihr verraten. Natürlich, sagt sie. Vorausgesetzt, natürlich, ich kenne sie nicht bereits. So, wir können von dem Paar im Zirkus Menor erzählen, die einen Weisen namens Jeren adoptiert haben. Hm, weiß ich nicht. Malet der Dendra hat jemanden getötet und dann gegessen. Das könnten wir erzählen. Das schalltote Lazarett im Riff kann mit dem Auge eines Blocks geöffnet werden. Das könnten wir auch erzählen. Ja, ich glaube, die anderen beiden sind, diese beiden sind relativ unkritisch. Versuchen wir das mal. Also das schalltote Lazarett und so weiter. Die Distanz zwischen ihren Augenbrauen und ihrem Haareinsatz verkürzt sich. Sehr nützlich, sagt sie und tippt wiederholt über ihrem Brustbein in die Luft. Faszinierend. Was euer interessantes Geheimnis angeht? Gedanken verloren fährt sie an den Rändern ihrer Lippen entlang. Die Händler Falinda und Steristi sind ineinander verliebt und das seit vielen, vielen Jahren. Falinda hat noch nie Steristis Stimme gehört. Oh. Hm. Das ist ja ein Ding. Vielleicht können wir dort nochmal zurückkehren und das irgendwie ausnutzen. Lasst uns nochmal ein weiteres Geheimnis ihr erzählen. Wieder über Sargos Klippen. Und erzählen wir über Mallet, dem Dendra. Hm. Sie scheint zu überlegen, während sie die Luft über ihren Nacken berührt. Bedenkt man, alles, was über die Dendra-Uhr bekannt ist, wäre das aus ihrer Sicht wohl kaum ein Mord. Vielleicht eher, sie hält kurz inne, unhöflich. Trotzdem ist das eine nützliche Information. Okay, jetzt erzieht sie etwas Neues. Ah ja. Das Konstrukt, das man auch den Werkmeister nennt, könnte seine Augen schon seit Jahren reparieren. Es bevorzugt es einfach, blind zu sein. Gut, das sind nochmal zwei interessante Sachen. Hm. Dann sagen wir mal hier, lieb wohl. Und ich glaube, diese Sache geben wir erstmal nach. Ich weiß nicht, ob ob das sinnvoll ist. Ob ob wir da irgendwas erreichen können. Für unseren Vorteil auch. Aber versuchen sollten wir es. Den Werkmeister. Wer war da nochmal blind? War das der linke? Wir schauen mal kurz. Ich glaube, das war der hier, ne? Der kunstvolle Werkmeister. Nee. Dann war das der nicht. Ist das der Werkmeister? Der oberste Meister. Es gab doch dann nur noch diesen hier. Bei dem wir versucht haben, ihm einen kleinen neuen Meister zu... Der verkrüppelte Meister. Ja, wer ist denn der Werkmeister? Okay, das ist ein bisschen unklar. Oder habe ich hier noch einen verpasst? Nee, das kann nicht sein. Hm. Na gut. Dann war diese Information wohl doch nicht so wertvoll. Aber wir gehen nochmal zu den beiden Verliebten. Ich denke, das sollten wir tun. Bis dann. Macht's gut. Euer Steinball.